Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen. Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und ich, Nadine Müller. Hallo. Mal was Neues. Genau, mal was Neues. Wir sprechen mit euch immer über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir erzählen dann auch vom interessanten Reporte-Einsatz oder einer schwierigen Recherche, aber holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt zu uns ins Podcast-Studio und die erzählen das dann selbst. In dieser Woche wieder, ja, eine Vielfalt an Themen, würde ich sagen. Ein Füllhorn. Ja, wenn ich hier auf meinen Zettel gucke. Ja, da ist echt einiges dabei. Also unser Stadtreporter Tim Schröder, unser Veranstaltungsgott, da dürfen wir ihn gleich nicht nennen, wenn er kommt, aber er hat sehr viel mit Musik gemacht, The Voice Kids ist da auch schon mal ein Schlagwort, was wir reinnehmen können. Dann war Girls and Boys Day diese Woche. Ganz viele Jungs und Mädchen konnten in verschiedene Berufe schnuppern, auch in die eines Radiomenschens sozusagen. Dann zeigst du gerade auch. Das können die Podcast-Menschen nicht sehen, Nadine. Das musst du audiovisuell machen, aufzeigen. Audiovisuell. Was wird das wohl für ein Geräusch machen? Aufzeigen? Meinst du? Ah, nee, das sind die Schnipser. Da gehöre ich nicht zu. Warst du nicht für so ein Schnitzer? Nee. Ich weiß es, ich weiß es. Okay, aber einmal zurück zum Thema. Wir sprechen auch über Lärm und du hast gerade gesagt, manchmal ist besonders viel Lärm hier in der Redaktion. Ja, also es kommt noch dazu, dass wir sehr viele Baustellen hier im Haus haben. Ich habe aber auch gesagt, wenn die Kollegin Nadine Müller, ich weiß nicht, ob ihr die kennt hier im Podcast, die kann auch immer sehr lärmend sein. Ein lautes Organ. Nein, das ist totaler Quatsch. Ich mache nur gute Stimmung. Gute Stimmung, ja. Aber es gibt ja auch schönen Lärm. Das wird uns mit Sicherheit die Frühschied auch sagen, dass es Lärm gibt, der schön ist und nicht vielleicht nur der Zahnarzt Bora, wenn er den Karies weggebohrt kriegt. Naja, ich glaube, ihr freut euch, weil ich war die Woche nicht da. Ich bin gerade rumgegangen. Da habe ich mich drüber gefreut. Nein, das wäre fies. Ich bin rumgegangen, habe gefragt, was die Woche so los war, was die Kollegen mir gerne im Podcast erzählen wollen und mein Zettel ist voll. Ist doch schön, dann sollten wir direkt starten. Machen wir. Ja, gefühlt immer, wenn es um Radionachwuchs geht, haben wir das Gesicht von Anne Schwarzheil im Podcaststudio. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hallo. Aber auch zusammen mit Angela Hecker. Hallo Angela. Hallo. Ihr habt gestern Radionachwuchs betreut, hier bei uns bei Radio Essen. Wir hatten nämlich Girls und Boys Day und da hatten wir viele Jugendliche hier bei uns, die sich das Radio mal angucken wollten. Ja, genau. Da waren tatsächlich neun Jugendliche da, Jungs und Mädels, die einfach mal gucken wollten, wie sieht denn Radio aus und könnte das vielleicht später auch was Berufliches sein. Ich sage mal, kleines Happy End vorab. Zwei haben auf jeden Fall gesagt, dass sie Bock haben, hinterher beim Radio zu arbeiten. Die anderen wissen jetzt zumindest, dass das vielleicht ist nicht so. Habt ihr die abgeschreckt? Ach, weiß ich gar nicht, ob wir die abgeschreckt haben. Ich sage mal, Pubertät ist eine schwere Zeit und da musst du ja eh so rausfinden, wer bin ich, was mag ich. Und vor allem musst du ja auch ein bisschen cool sein. Die kannten sich ja untereinander nicht. Da musst du ja auch erst mal abstecken. So, hey, ich bin cool und ich blamiere mich hier nicht. Ist auch einfach ganz wichtig. Ja, also vielleicht haben wir auch mehr begeistert, als sie so gezeigt haben, weil das Feedback am Schluss war tatsächlich sehr positiv und zumindest hatten alle irgendwie einen guten Tag. Ja, alle haben erst mal hier die Redaktion kennengelernt, was Radio eigentlich ist und die Arbeit. Und dann gab es eine kleine Horroraufgabe, würde ich sagen. Also das ist auch für erfahrene Reporter manchmal eine Challenge. Na, es ist halt eine schöne Übung. Horroraufgabe, schöne Übung. Ja, also tatsächlich haben die Kids in der Regel Spaß da dran. Es ist, wenn du als Reporter unterwegs bist, weißt du ja nicht, was passiert. Es kann ja alles passieren. Es kann jemand kommen, der versucht, dir das Mikrofon abzunehmen oder der versucht, ein anderes Thema zu platzieren. Leute, die unfreundlich sind, die die Straßenseite wechseln, die nicht mal Blickkontakt halten, wenn jemand mit dem Mikrofon rummert. Das gibt es ja alles. Und in dieser Übung gibt es das halt so ein bisschen geballt. Das heißt, einer von denen ist der Reporter. Es hat sich auch eine freiwillig gemeldet, die das gemacht hat. Die geht raus, kriegt ihre Frage, die sie gleich stellen soll. Das wissen die anderen aber noch nicht. Und die anderen drin kriegen alle ein kleines Zettelchen, wo eine Anweisung draufsteht, was die machen sollen. Also sowas wie, beantworte jede Frage mit Nein. Oder frag erst mal nach dem Ausweis und was das hier überhaupt soll. Oder rede nur über Regenbögen. Naja, wir sagen mal, das ist keine Seltenheit. Es geht um eine Straßenumfrage. Ich habe jetzt gerade gesagt, Horroraufgabe. Natürlich macht das Spaß, mit Menschen auf der Straße zu sprechen, sich zu unterhalten, irgendwie in ein Thema tiefer einzutauchen, Meinungen zu sammeln. Horroraufgabe deswegen, weil die genau diese Szenarien geübt haben, die man als Reporter nicht gerne hat. Nämlich, dass die Leute einfach weitergehen, sagen, ich habe keine Zeit, was ja durchaus mal passiert. Aber als Reporter ist das natürlich immer undankbar, dann 50 Leute anzusprechen und 49 davon sagen, nee, keiner Zeit, ich möchte jetzt nicht mit ihnen sprechen. Und genau das habt ihr ja gemacht. Im Prinzip haben wir genau das gemacht, nur das typische Keine-Zeit hatte ich tatsächlich gar nicht dabei. Mann, da habe ich mir so viel Kreatives einverlassen an der Realität vorbei. Nee, ist tatsächlich schön. Und ich muss sagen, wir hatten die 13-jährige Alicia, die die Reporterin war. Und die hat das saucool weggesteckt. Die war total freundlich. Selbst als einer von den Jungs versucht hat, ihr das Mikrofon wegzureißen, ist die total cool und taff geblieben. Die hat das so festgehalten, so, nein, du kriegst das nicht. Und dann aber weiter gelächelt. Würden sie mir trotzdem ihre Frage beantworten? Die war richtig cool. Also, wenn die wiederkommt, freue mich jetzt schon. Das ist ja manchmal schwierig für uns, wenn wir dann schon ein paar Leute angesprochen haben. Dann muss man sich irgendwie auch wieder den Mut fassen, wenn schon zehn Leute gesagt haben, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, dann den Elften anzusprechen. Und das dann als Radio-Neuling zu machen, stelle ich mir nochmal schwieriger vor. Auf jeden Fall hat sie aber sehr cool gemacht. Ja, und dann ging es weiter, direkt on air, bei dir, Angela. Ja, das war dann die Mutprobe quasi nochmal obendrauf. Also, die haben alle Musikwunsch sich vorher ausgesucht. Die habe ich auch wirklich alle gespielt in der Stunde. Und alleine diese Mischung war schon wild. Also, da war alles dabei von Michael Jackson über Avicii und dann, ich kann den Namen schon wieder nicht aussprechen, Jojo irgendwas. Also, es kam auf jeden Fall sehr viel Piep drin vor. Es war sehr, sehr witzig. Aber die haben es wirklich cool gemacht. Also, ich hätte es nicht gedacht, weil wir sind vorher schon in der Redaktion so rumgegangen, die sind so ein bisschen schüchtern, also die brauchen so ein bisschen und hm und ha. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, die irgendwie warm zu quatschen. Und alleine Alicia, also die habe ich mir dann auch direkt zum Anfang genommen, weil da habe ich schon rausgehört, okay, die hat Bock, die will, die kann quasseln. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt jemanden nehme, der vielleicht erstmal ein bisschen schüchterner ist, könnte das jetzt für die wirklich so ein Schock sein. Und die habe ich mir dann genommen. Und das hat dann einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen das Eis vielleicht gebrochen, weil die gemerkt haben, ich will die ja hier nicht bloßstellen in der Musikwunsch-Sendung, sondern es geht darum, dass die einfach quasseln, die ein bisschen was über Musik erzählen, wie es denen geht und dass es gar nicht so schlimm ist, vor dem Mikro zu stehen. Ja, und vor allem den eigenen Musikwunsch dann im Radio und sich selber zu hören. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird schon mal in der Lindenallee hier an unserem Studiofenster vorbeigelaufen sein. Das Studio ist nicht so groß. Da wurde es bestimmt ganz schön voll, oder? Und es wurde vor allen Dingen ganz schön warm. Aber dir war doch kalt gestern. Stimmt, also mir ist dann auf jeden Fall warm geworden, aber auch warm ums Herz, weil es einfach schön war, dann doch zu sehen, dass die, ja, Spaß daran hatten und dass jeder irgendwo aufgeregt war und jeder wollte das auch irgendwo gut machen, auch wenn es vielleicht einfach nur ein, zwei Sätze waren. Und das hat die gegenseitig gepusht, das hat man einfach gemerkt. Da wollte sich dann keiner irgendwie die Blöße geben. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und auch, ich sag mal, man merkt ja auch daran, dass die das cool gefunden haben, wenn die plötzlich ganz still wären nach ihrem Musikwunsch, dann graben die das Handy aus, dann wird da ganz heimlich getippt und gekichert und so. Und dann weißt du, boah krass, das hat jetzt die Familie gehört oder die beste Freundin und die kriegen jetzt ein Feedback irgendwie, dass die sich gut angestellt haben. Da war auch einer bei, der wirkte so schüchtern. Und dann guckt er auch auf sein Handy und dann haben wir so gefragt, und, und, hat das denn schon jemand gehört? Ja, sagt er, mein Freund hat das gehört. Und was hat er gesagt? Ja, du warst total cool. Ja, du bist ja immer für den Nachwuchs verantwortlich, Anne. Für dich geht immer das Herz auf. Ich weiß, du hast mir einmal erzählt, das war so eine erholsame Woche für dich, mit den Kindern, denen ganz viel beizubringen. Und zu dir, Angela, sagt Tobi ja immer ganz liebevoll Mutti. Für dich muss das doch auch ein guter Tag gewesen sein. Das auf jeden Fall. Also ich meine, die waren ja alle wirklich im Alter zwischen 12 und 14 oder 15, glaube ich, war der Älteste. Also sprich, genau Alter meiner Tochter, 13. Also Pubertiere kenne ich. Ich weiß das gerne, ja, aber und entweder sind die halt viel zu cool für die Welt oder die brauchen eigentlich noch Mamas Arm, so ungefähr. Und ich habe einfach versucht, diese Mischung, nicht die Mutti daraus hängen zu lassen, sondern in dem Fall vielleicht die coole Radiotante. Wir haben die coole Radiomutti. Du warst beides. Du warst beides. Ja, weil ich habe halt gemerkt, ey, die waren nervös. Und ich habe denen dann versucht, dieses gute Gefühl zu geben. Und das sind natürlich, also ich will da auch ehrlich sein, sowas ist anstrengend. Also weil du dich halt eine Stunde, switchst du halt zwischen, ich bin Mama, ich bin coole Moderatorin und eigentlich... Und die Sendung auch. Die Sendung und ich muss irgendwie achten mit Zeit und jeder soll seinen Musikwunsch und jeder soll gleich viel Zeit und der eine will viel reden, der andere will wenig reden. Ich bin da rausgekommen und habe gesagt, boah, ich bin fertig. Und da habe ich als erstes nur eine Stunde moderiert und hatte noch vier vor mir. Aber auch da, ich bin Mami, da geht mir halt das Herz auf. Wenn die mit einem glücklichen Gesicht da rausgehen und dann zwei von neun sagen, Och, Radio wäre was? Ey. Nein, 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 die haben nicht gesagt Radio wäre was. Die haben gesagt, wir bewerben uns, wenn wir 18 sind. So, noch besser. Ist ja eine Ausbeute von über 20 Prozent, ist doch gut. Ja, also. Ja, und einen habt ihr direkt hier gelassen und mir ins Podcaststudio gesetzt. Wo ist er? Hallo? Sei froh, dass das der ist, der Lust hat und nicht der, der nichts sagen will. So, wir müssen Haltung annehmen an dieser Stelle im Redebedarf 2.0, denn alle drei anwesenden Personen sind Teil der Nachrichtenredaktion. Das ist korrekt, ja. Christian Banja. Hallo. Aus den Frühnachrichten in dieser Woche. Ich bin Spätnachrichten in dieser Woche, also wir sind sogar quasi das Nachrichtenteam der Woche. Ich bin keine Nachrichten in dieser Woche. Aber du bist immer mal wieder in den Nachrichten. Und gern gesehen, ja. Ja, wir haben vorhin über andere Dinge gesprochen, aber das schlägt nur den Bogen an dieser Stelle. Ja, ich war nicht im Nachrichtenteam diese Woche. Du hast einiges verpasst diese Woche. Ja, aber ich habe natürlich alles fleißig verfolgt, was so passiert und habe morgens einen Artikel gelesen, von Radio Essen natürlich, der dann wahrscheinlich vom Christian oder von unserem CD2, also von dem, der morgens zuarbeitet, also Artikel schreibt, der Postings macht und so, kam, es ging um einen Mann, der angeschossen wurde in Horst. Genau. Und dann habe ich den Artikel gelesen, da waren alle wichtigen Infos drin. Und dann kam unten ein zweiter Abschnitt, da stand drin, die Familie des Mannes hat sich bei uns gemeldet. Genau, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, muss man sagen, dass man nach Polizeimeldungen dann von den Betroffenen einen Anruf bekommt oder auch eine E-Mail. Vielleicht noch mal ganz kurz vorab, was ist da passiert? Das war am Montagabend in Horst, da gab es einen Polizeieinsatz, da hat jemand einen angeblich gestohlenen Motorroller in einem Hausflur entdeckt. Da ist die Polizei dann hin, hat sich den angeguckt und erst mal auch niemanden sonst da gefunden. Und dann hat sie so Geräusche gehört vom Dachboden. Das war irgendwie verdächtig. Ja, was machen die? Sind da rauf, um zu gucken. Und ja, da war dann eben jemand, der angeblich laut Schilderung der Polizei so eine spitze Gegenstand in der Hand hatte und das wäre gefährlich gewesen. Er ist da aufgetaucht und dann hat die Polizei am Ende, weil der Elektroschock gar nichts gebracht hat, geschossen. In Po und in die Beine. Und dann, das war die Geschichte? Du hast es zusammengefasst, genau. Die muss man ja erst mal kennen, sonst macht das keinen Sinn. Dann haben wir das auch erzählt und irgendwie ein paar Stunden später kam dann auf einmal eine E-Mail rein von den Eltern von diesem angeschossenen jungen Mann. Der war ja noch sehr jung, ne? Der war so Mitte 20 sowas, ja. Also die Eltern haben sich dann bei uns gemeldet und gesagt, ja, das ist unverhältnismäßig, was die Polizei da gemacht hat. Da hätte man nicht schießen müssen, vor allen Dingen nicht drei Einschüsse. Und das, was er in der Hand hatte, der spitze Gegenstand, das sei ja nur eine E-Zigarette gewesen. Das ist schon mal so, dass wir dann natürlich gesagt haben, okay, das erwähnen wir mal mit. Aber da ist einfach dann auch Aussage gegen Aussage. Also die Polizei sagt, spitzer Gegenstand, kann gefährlich sein. Familie sagt, das war eine E-Zigarette. Gut, da wird dann ermittelt. In so einem Fall ja von einer anderen Polizeibehörde. Und das ist dann auch deren Sache. Also wir haben das mit erwähnt. Und gut ist an dieser Stelle. Mehr kann man da nicht tun. Wenn man sich auch vielleicht mal in die Lage hineinversetzt. Und Dachboden ist bestimmt jetzt auch nicht so eine Beleuchtung, wie hier gerade bei uns im Podcast-Studio, ganz hell mit LED-Licht. Da ist es vielleicht dann auch ein bisschen dunkler. Dann kommt es ja auch immer auf die Haltung an, die die Parteien haben. Wenn da jemand schon vielleicht aggressiv wirkt, es so aussieht, als hätte er was in der Hand. Ich habe auch gehört, so ein Elektroschocker hat so zwei Kabel. Und der funktioniert wohl nur, wenn beide Kabel treffen, damit der Stromkreis geschlossen ist. Das ist ja so eine Elektroschock-Pistole, die die Polizei jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, mittlerweile hat. Die müssen, glaube ich, mit diesen beiden Drähten, die müssen irgendwie in der Haut stecken. Und dann schließen die diesen Stromkreislauf. Genau. Und wenn sich dann vielleicht noch jemand bewegt, dann funktioniert das wohl auch nicht so einfach. Stell ich mir auf jeden Fall nicht einfach vor. Und dann steht da jemand. Und dann hat die Polizei geschossen. So, die Familie sagt, das war eine E-Zigarette. Die Geschichte ging aber, glaube ich, noch weiter. Die Gegendag später tatsächlich weiter. Da habe ich auch überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Wir wollten einfach dann in ein paar Tagen mal abfragen, was haben die Ermittlungen ergeben. Und dann rief mich auf einmal jemand an, völlig unvermittelt. Ich saß am Nachrichtenplatz. Ja, ich bin der, der angeschossen wurde. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist mir auch noch nie passiert, tatsächlich. Und du machst schon lange Nachrichten. Ich mache schon tatsächlich, ja, doch schon etwas länger inzwischen Nachrichten. War dann auch erst mal ein bisschen erstaunt. Dann haben wir uns aber tatsächlich auch ganz nett unterhalten. Also der wirkte auch ganz vernünftig am Telefon, muss man sagen. Klar, irgendwas war da. Warum flüchte ich auf den Dachboden, wenn die Polizei kommt? Weiß ich jetzt im Detail nicht. Der sagte dann eben auch ganz genau, wie es gewesen ist. Er ist da hoch, hat sich in der Ecke versteckt. Und dann kam die Polizei rein. Er wollte irgendwie flüchten und die überhaupt nicht bedrohen. Was da jetzt stimmt, natürlich keine Ahnung. Also das ist dann seine ganz persönliche Schilderung gewesen. Der hat uns sogar angeboten, zum Interview vorbeizukommen. Aber das wollen wir jetzt, glaube ich, auch erst mal nicht. Also erst mal soll da ganz offiziell und gründlich aufgeklärt werden, was war, weil wir sind eine lokale Nachrichtenredaktion. Wir sind keine Ermittler. Und das ist tatsächlich dann nicht unsere Arbeit. Hast du ihn denn gefragt, was er jetzt in der Hand hatte? Ja, ja, die E-Zigarette. Ja. Das sagt er auch. Aber gut, dass er das jetzt sagt, ist klar. Er wird nicht gesagt haben, das war ein Messer. Also das ist auch logisch. Vielleicht kannst du bei der Polizei anfangen, Christian. So als Nebenjob, ne? Also dann könnte ich direkt über das berichten, was ich selber ermittelt habe. Das könnte ein Interessenskonflikt manchmal natürlich sein. Nein, also man muss wirklich abwarten, was das alles ergibt. Also da kann man jetzt überhaupt niemandem in irgendeiner Form irgendeine Schuld oder sonst was zuweisen. Um Gottes Willen, das wollen wir niemals tun an dieser Stelle. Aber es war natürlich ganz spannend, da einfach mal die andere Seite zu hören. Vor allen Dingen waren das auch wirklich Leute, die ganz nett dann auch reden konnten und das auch gerne wollten. Ja, die Geschichte an sich ist ja tatsächlich überhaupt nicht lustig. Das Kuriose ist einfach, dass sich der Betroffene und die Familie bei uns melden und mit uns sprechen und uns erzählen, wie es gewesen ist. Das ist schon sehr selten, muss man ganz klar sagen. Das muss man sich mal überlegen. Da war ein Polizeieinsatz, da ist jemand angeschossen worden, weil er gefährlich für die Polizei gewirkt hat. Und dann ruft er einen anderen Tag hier an und sagt, ja, ich bin übrigens der mit den drei Löchern. Naja, erzählt er da mal ganz locker auch, wie es ihm passiert ist. Und dann einfach auch so den Gedankengang zu haben, ich rufe da mal bei Radio Essen an. Naja, der Gedanke war eben der, dass er sagt, da wurden Dinge irgendwie dargestellt, so wie es aus seiner Sicht nicht stimmt. Wir sind im Polizeibericht standen und er würde das gerne gerade rücken. Und vielleicht erklären wir nochmal genau bei solchen Sachen, wenn die Polizei irgendwas, ja irgendeinen Einsatz hat oder irgendwas ermittelt, dann müssen wir bei Radio Essen vor allem immer ganz genau darauf achten, dass wir es wirklich auch so formulieren, dass wir klar machen, dass die Polizei das so berichtet oder sagt, dass es so passiert ist. Weil wir sind im Endeffekt nicht diejenigen, die allwissend sind und sagen, wir wissen genau, was da abgelaufen ist. Wir waren ja auch nicht dabei. Und deswegen berichten wir zwar, was die Polizei sagt, was die Polizei über den Einsatz zusammenfasst, aber immer wirklich mit diesem Hinweis laut der Polizei. Genau, in dem Fall ist es jetzt auch tatsächlich ja so, weil die Essener Polizei da jetzt ja irgendwo mit verwickelt ist und es darum geht, war das gerechtfertigt oder nicht. Wie war die Situation wirklich? Ist es da jetzt so, dass die Bochumer Polizei, also eine unabhängige Nachbarpolizeibehörde, diese Ermittlungen übernimmt, damit man da auch wirklich den Blick von außen drauf hat? Ja, hätten wir das mal bei jedem Thema so, dass sich der Gesprächspartner ohne Anfrage schon bei uns meldet? Ach, das wird so viel Zeit sparen. Das stimmt, das wäre praktisch manchmal. So viel Anfragen würde er da sparen, das wäre schön. Also wenn wir über irgendwas berichten wollen, was ihr gerade macht, meldet euch bei uns. Ihr müsst es wissen. Straffes Programm bei Anna Bartel erst ins Stadion und dann zur Gegendemo vom AfD-Parteitag. Ja, so konnte man die Woche zusammenfassen bei mir. Nein, ich war zuerst in der Ratssitzung und da ging es ja um den Stadionausbau. Und die Politikerinnen und Politiker haben jetzt entschieden, einstimmig sogar, das war schon mal eigentlich ganz besonders, dass die Stadt jetzt die Planung für den Ausbau des Stadions in Auftrag geben darf. Was heißt das genau für Essen und für Stadion? Also das wird jetzt an ein Architekturbüro gegeben und die setzen sich jetzt hin, werden wahrscheinlich so bis Ende des Jahres brauchen und werden jetzt genau planen, wie jetzt diese vier Ecken aussehen werden. Also das wird so eine richtig genaue Entwurfsplanung und eine Ecke, die wird ja richtig zugebaut, also richtig größer. Da kommen so Logen rein und das wird vor allen Dingen auch gut für Menschen, die halt nicht so richtig gut sehen können, nicht richtig hören können, im Rollstuhl sitzen und so weiter. Die haben da dann völlig neue Möglichkeiten im Stadion. Ja, und auch für die Stadt ist das gut, wenn die Ecken zu sind, dann gibt es da auch viel mehr Möglichkeiten, ne? Ja, also die Stadt rechnet halt damit, dass sie dann das Stadion besser vermarkten können. Also dass zum Beispiel auch mal wieder internationale Länderspiele stattfinden im Fußball, dass der DFB das bucht, UEFA oder eben aber auch andere Veranstalter und da mehr Konzerte stattfinden. Ja, und die Fans, die finden das natürlich auch super. Ich stelle mir schon vor, das Champions-League-Finale im Stadion an der Hafenstraße. Da kommen wir nicht ganz an die Personenzahl ran, aber... Nein, das noch nicht. Aber so ein Länderspiel, also könnte ich mir schon gut vorstellen. Sonst waren es ja dann auch oft irgendwie die Jugend, im Jugendbereich, im Frauenbereich, wo ja auch leider immer noch nicht so viele Zuschauer hingehen. Aber mit den geschlossenen Ecken sind wir dann schon bei... Oh, ich hab's... Letztens noch... 20.000? 20.000. 20.000 ist schon eine Hausnummer. Personenzahl ist ja vielleicht ein gutes Stichwort. Ja, tatsächlich. Da werden mit Sicherheit sehr viele Personen rund um den 29. Juni... Ich glaube, ich hab das Datum jetzt richtig im Kopf. Der AfD-Parteitag hier bei uns in Essen geplant. In der Grugerhalle, ne? Genau, in der Grugerhalle und in der Messe. Genau, und deswegen wird es unter anderem ja auf dem Messe-Parkplatz, zumindest habe ich noch auf dem Schirm mehrere große Veranstaltungen gegeben und da ist echt eine Menge geplant. Ja, also die Veranstalter und Organisatoren haben da wirklich gesagt, also wir wollen allen in diesem Land zeigen, dass wir anders sind. Also dass wir für Demokratie sind, für Vielfalt und für Toleranz. Das ist das Motto dieser großen Veranstaltung, die dann am Samstagnachmittag auf dem Messe-Parkplatz P2 stattfinden soll. Also gegen die AfD. Genau, gegen die AfD. Aber sie haben sich bewusst dafür entschieden, das Motto für zu machen. Also für Demokratie, für Toleranz und für Vielfalt. Einfach um zu zeigen, es gibt etwas anderes in Essen. Also das Problem, was alle sehen, was wahrscheinlicherweise auch so sein wird, dass natürlich, wenn hier der AfD-Bundesparteitag ist, in der Stadt ganz viele Presse und Medien hier sein werden. Und dann legt der Fokus natürlich darauf, in Essen findet der AfD-Parteitag statt. Und das wollen wir einfach alle nicht so stehen lassen. Und deshalb gibt es ganz viele Bestrebungen halt in der Stadt von ganz unterschiedlichen Gruppierungen, die auch alle gesagt haben, die Allianz für Weltoffenheit, da sind die Kirchen drin, der Deutsche Gewerkschaftsbund, das Bündnis Essen stellt sich quer, die aktiven Gruppe Aufstehen gegen Rassismus. Die haben sich alle zusammengetan und haben gesagt, pass auf, wir organisieren was richtig, richtig Großes. Gibt es da denn irgendwelche Specials? Was genau wird da erwartet? Also, ja, das war bei dieser Pressekonferenz, die es gab diese Woche, auch noch so ein bisschen die große Frage. Also es wird den Nachmittag über auf dem Messeparkplatz ganz viele Reden geben, aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen der Gesellschaft, also aus der Wirtschaft, von den Kirchen. und ganz viele Journalisten werden auch mit dabei sein, die dort reden werden. Und danach, ab 17 Uhr, soll es ein Konzert geben mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Welche wissen wir noch nicht? Nein, das haben die Organisatoren noch nicht gesagt. Die sind halt im Moment auch wirklich noch dabei, die alle zu buchen und die festen Zusagen zu bekommen. Deshalb haben die halt gesagt, nee, bevor wir nicht wirklich unterschrieben haben, der kommt jetzt, sagen wir auch keine Namen. Das bringt wahrscheinlich auch noch mal eine Menge Menschen auf dem Messeparkplatz. Unbedingt. Wissen die dann schon, wie viel da erwartet wird? Also sie rechnen mit 30.000 bis 35.000. Hammer, das ist mehr als das Stadion, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, total. Und ehrlich gesagt, was ich so gehört habe, auch das Feedback aus der ganzen Republik, also zum Beispiel beim Deutschen Gewerkschaftsbund oder eben bei den ganzen Bündnissen, ist auch wirklich enorm. Die kriegen irgendwie am laufenden Band E-Mails und Anrufe und werden gefragt, wir wollen gegen den AfD-Parteitag demonstrieren. Wo können wir mit dem Bus parken? Wo sind die Toiletten? Wie sollen wir das irgendwie machen? Schon alleine zu wissen, dass mehr Leute dagegen demonstrieren, als sich überhaupt in der Messe treffen für diesen Parteitag, das ist verrückt, oder? Nee, das ist nicht verrückt. Das ist super. Wir haben gerade schon über Radionachwuchs gesprochen und so eine gewisse Form von Radionachwuchs sind auch immer Praktikantinnen und Praktikanten bei uns. Die sind dann relativ früh beim Content-Desk, wie es bei uns heißt, in der Online-Redaktion. Da ist Antonia Weiße in dieser Woche quasi die, die den Hut auf hat. Hallo Antonia. Hallo. Du hast unseren neuen Praktikanten, den Enno, den wir auch gleich noch hören werden, eingearbeitet. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, fast schon eine Doppelschicht, oder? So ein bisschen, ja. Also man fängt ja quasi an, indem man so ein bisschen erklärt, was macht der Content-Desk bei uns? Und das betrifft natürlich unsere Website, aber auch unsere Social-Media-Kanäle. Also erst mal geht das mit einem gewissen Rundumschlag los. Was haben wir eigentlich für Kanäle? Wie werden die bespielt? Und dann dürfen unsere Praktikantinnen und Praktikanten aber auch schon sehr früh ran und dürfen sich ausprobieren. Ja, Enno, du hast dann wahrscheinlich so eine Liste bekommen einfach und musstest dann erst mal starten. Wie hat es denn angefangen? Genau, wir, also ich habe erst mal einen Einblick in die Redaktion bekommen, eine kleine Room-Tour, könnte man fast sagen, alle Räume einmal gezeigt bekommen. Ich habe es mir tatsächlich deutlich größer vorgestellt hier. Also es ist ja doch recht klein eigentlich, zumindest, ja, was meine Vorstellung angeht. Gemütlich, sagen wir. Gemütlich, kuschelig, könnte man auch sagen, richtig. Ja, genau. Und dann habe ich eine grobe Liste bekommen, die sind wir dann abgearbeitet mit den Online-Tools, die ihr so habt, mit denen ihr täglich arbeitet. Und dann kam relativ schnell dann auch der erste Einsatz. Der erste Einsatz? Hast du auch einen, also wir sprechen ja über Online-Arbeit-Content, hast du den ersten Artikel schon geschrieben selber? Ja, also ich habe zumindest versucht, einen ersten Artikel zu schreiben. Wir haben den dann immer gemeinsam nochmal überarbeitet, so ein bisschen, wie es dann fürs Radio auch passt oder für eure Online-Kanäle eben. Und da habe ich aber auch schon was mitgenommen. Und ich glaube, in zwei oder drei Wochen könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal einen Artikel zu schreiben, der dann sogar so vielleicht auch veröffentlicht werden kann. Und du, Antonia, du hast dann den Artikel quasi gegengelesen. Wir sagen hier beim Radio immer Abnehmen dazu. Das heißt, du liest, sind da noch vielleicht Tippfehler drin? Und wie ist der aufgebaut? Muss sich da noch was ändern? Versteht man das gut? Wie hat das dann geklappt? Genau, ja, also es ist tatsächlich so, dass man sich das manchmal einfacher vorstellt. Aber so, ich sage mal, so ein anderthalb-Seitendokument auf einige Zeilen runterzubrechen, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wie baut man so einen Text auf? Und wie, ja, kriegt man es auch hin, so was in einfacher Sprache auszudrücken? Das ist, glaube ich, manchmal so die größte Herausforderung. Gerade, wenn man irgendwie sehr frisch noch von der Schule kommt und da Schachtelsätze und alles gelernt hat. Und genau, also beim Radio schreibt man doch nochmal anders. Genau, und du nimmst dann die Praktikanten mit an die Hand und kümmerst dich um die Online-Arbeit. Wir haben aber ja auch noch andere Bereiche. Du warst nämlich auch schon als Reporter unterwegs, Enno. Und das war wohl ein sehr süßer Einsatz, habe ich gehört. Richtig, genau. Vielleicht haben es sogar einige im Radio mitbekommen oder zumindest auf der Internetseite gelesen oder sogar auf Instagram, glaube ich. Wir sind ja breit gefächert. Da haben wir überall davon berichtet. Da ging es um ein Baby-Mufflon-Schaf, was im Heißi-Wald geboren wurde. Und da wurde ich tatsächlich komplett ins kalte Wasser geschmissen. Quasi nur mit einer Telefonnummer von dem Tierpfleger. Immerhin nicht ins Tiergehegel geschmissen. Richtig, immerhin das. Sonst hätte mich der Widder bestimmt verfolgt. Ne, genau. Und da musste ich mich dann um alles kümmern. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war ein gutes Gefühl direkt damit, ja. Ich habe ein anderes Sternzeichen. Oder worauf hältst du dich hinaus? Wenn ich mal nicht da bin, eine Woche und so ein Einsatz reinkommt, dann erwarte ich einen Anruf von dir, Tobi. Da möchte ich nächstes Mal hinfahren zu den Babyschafen. Ja, ich hätte dich gerne mitgenommen, auf jeden Fall. Aber ja, so war es. Nimm doch dem Arm Enno nicht seiner Reporter-Einsätze. Die Babyschafe, die nehme ich eben weg. Aber wie war es denn? Sehr schön, sehr schön. Also es war tatsächlich ja nur ein Babyschaf, ein Baby-Mufflon. Ja, das reicht mir. Aber trotzdem sehr süß. Wir konnten es auch nur von der Entfernung sehen. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch toll eben, einfach mal zu sehen, wie so ein Bericht entsteht. Also wirklich von dem Einsatz vor Ort, den ersten Fotos und dann dem finalen Produkt, könnte man sagen. Erste Woche direkt der erste eigene Einsatz. Warum lachst du über mich, Tobi? Nein, ich war gerade so gedanklich bei dem, was Enno gesagt hat. Dass direkt vom ersten Tag an gleich raus zu den Baby-Mufflern in den Heißgewald. Und so lassen wir das stehen. Würde ich sagen. Herzlich willkommen zu den musikalischen Wochen bei Radio Essen. Unser wechselndes Mittagsmenü präsentiert von unserem Radio Essen-Stadtreporter Tim Schröder. Du hast gesagt, bevor du in den Podcast gekommen bist, du hattest eine sehr musikalische Woche. Deswegen muss ich da gerade irgendwie an so eine Aktionswoche, die musikalischen Wochen bei Radio Essen denken. Das klingt auf jeden Fall sehr lecker irgendwie. Ja. Aber in Wirklichkeit war es tatsächlich musikalisch. Also ich habe sehr viele Musiker in dieser Woche getroffen. Los ging es mit Raphael Cortez. Also schon dieser Name ist ja schon wunderbar. Flamenco-Gitarreist. Ich habe schon, genau. Man hört schon eine Gitarre allein bei dem Namen. Und das Verrückte ist ja, der Mann steht seit 40 Jahren auf der Bühne, hat mit drei Jahren schon angefangen, Gitarre zu spielen. Also ist er jetzt 43. Hat dann mit neun schon mit seinen ersten Musikerkollegen auf der Bühne gestanden und mit elf sein erstes Solo-Konzert gegeben. Ich habe trotzdem schon einen Werdegang mit elf das erste Mal Konzertspielen. Und ich habe ihn getroffen in der Trinkhalle. Und zwar nicht irgendeine Trinkhalle, sondern die Trinkhalle, wo er als Kind eben in Altenessen schon sich den braunen Beeren gekauft hat, beziehungsweise Wassereis. Kennt ihr nicht dieses Eis? Ach, ja, ja. Das ist das Milch-Eis da. Das ist Wassereis, klar. Und Wasser-Braune-Beer ist dieses Milch-Eis. Ah, okay. Schokolade, Karamell. Super lecker. Gibt es denn noch? Ja, klar, gibt es noch. Dann sollten wir in der nächsten Ausgabe den braunen Beeren uns in den Podcast holen. Ah, das ist, glaube ich, Bussi-Beer, dieses Kratzeis. Ja, ja, genau, das stimmt. Ja, da war ich gerade gedanklich. Bussi-Beer-Cola ist auch braun. Und das war echt ein schönes Treffen mit ihm da in Altenessen an der Trinkhalle. Es kam noch ein Kumpel mit dazu, der eben auch erzählt hat, dass er ihn noch von früher kennt, aus der Grundschule. Da waren die schon Kumpels, haben zusammen Scheiße gebaut, wie sie erzählt haben. Also das war tatsächlich sehr schön. Und das Tolle an Raphael Cortez ist, dass der, obwohl er ja wirklich europaweit Konzerte gibt, auf dem Boden geblieben ist. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die fand ich ganz spannend. Und zwar war er wohl unterwegs gewesen in Polen auf Konzertreise, hat da vor ausverkäuften Häusern gespielt, hat da irgendwie die High Society eben zu Gast gehabt. Und dann, ja, dann kommt er eben zurück nach Altenessen. Wir haben in den besten Hotels geschlafen, Marriott, alles nur Fünf-Sterne-Hotels. Und ich habe mir gedacht, so hat sich bestimmt Michael Jackson gefühlt. Ja, super, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ein Rockstar. Und dann komme ich morgens, um sechs Uhr morgens, total geflasht von dem Erfolg. Und dann steht mein Nachbar mit Unterhemd am Fenster und sagt, na Dicken, spielst du noch Gitarre? Und dann habe ich mir gedacht, hier bin ich zu Hause. Dann hat er mich sofort wieder auf den Boden geholt, sofort. Na Dicken, spielst du noch Gitarre? Na Dicken, spielst du noch Gitarre? Geil! Ja, nee, und das ist wirklich schön, wie er erzählt, dass er immer wieder gerne zurück nach Essen oder speziell nach Altenessen kommt. Das ist seine Hood. Und wenn ich das jetzt so erzähle, mir läuft immer noch eine Gänsehaut runter. Das glaube ich. Ich glaube, so begrüßen wir uns auch. Na Dicken, machst du noch Veranstaltungen? Machst du noch Radio? Na Dicken, machst du noch Radio? Machst du noch Spätschicht? Genau, na Dicken, machst du noch Spätschicht? Nadine ist immer gekommen, na Dicken, machst du noch Podcast? Das ist aber nicht nett. Das war nicht nett, Tobi. Im Ruhrgebiet darf man das. Aber du hast auch noch mehr Stars getroffen oder Stars, die welche werden könnten vielleicht? Die tatsächlich schon Stars sind, die man aber in Essen gar nicht als Stars möglicherweise wahrnimmt. Und zwar den chinesischen Chor an der Burg. Der geht den nicht. Ja, kannte ich tatsächlich auch nicht. Du nicht? Und zwar die Geschichte dahinter ist auch ganz spannend. Die First Lady aus China, also die Frau vom Staatspräsidenten dort, war vor zehn Jahren an dem Burggymnasium im China-Unterricht. Und merkte dann so nebenbei an, naja, dass die Aussprache der Schüler noch nicht so dolle wäre, dass man da noch was tun könnte. Und da ist dann Alex aufgestanden aus Holsterhausen und sagte, Mensch, was können wir denn tun, damit es besser wird? Und dann sagte die First Lady, singen. So, und so wurde dann dieser Chor gegründet. Und dieser Chor ist in China super bekannt. Die haben zum Beispiel während der Corona-Zeit ein Video hochgeladen, haben 20 Millionen Chinesen angeklickt. Und die werden da empfangen wie, ja, ich weiß nicht, wie Staatsgäste, aber auf jeden Fall wie Stars. Die Chinesen sind total begeistert von diesen Deutschen, die eben chinesisch singen. Die haben mehr als 100 Lieder auf der Pfanne. Und die haben wohl eine fantastische Aussprache, waren jetzt auch nochmal in Wuhan und haben da in einem besonderen Dialekt, das muss nur mal ganz anders sein, also die Aussprache, auch wieder Lieder gesungen. Und es ist also zehn Reisen jetzt innerhalb von zehn Jahren nach China und haben jetzt auch wieder vor dieser First Lady gesungen, sind auch bei Staatsempfängen mit Merkel dabei gewesen und so. Also es ist schon sehr beachtlich. Und die haben jetzt am Samstag Jubiläumskonzert in der Philharmonie und deswegen bin ich überhaupt drauf gestoßen. Ich hoffe, dass die First Lady dann jetzt durch das Singen, durch die Aussprache dadurch dann jetzt aber auch zufrieden ist. War sie. Sie hat tatsächlich mitgesungen, mitgeklatscht. Ich habe da ein Video gesehen. Also Riesennummer. Sehr schön auf jeden Fall. Dann wird es aber auch, wenn wir schon vom Chor reden, wahrscheinlich ja Schülerinnen und Schüler, werden wir glaube ich noch ein bisschen jünger. Ja, auch ein möglicherweise Star der Zukunft, Rosalie, habe ich kennengelernt, ist gerade bei The Kid Voice. Umgekehrt. Voice Kids. Ich habe gedacht, ich schmeiße das immer wieder. Voice Kids. So, da ist sie tatsächlich im Fernsehen zu sehen. Hat sich für Vincent Weiß übrigens jetzt entschieden als Team. Dann haben, also wer das nicht kennt, das haben sich dann wahrscheinlich mehrere Coaches für sie interessiert und sie ist dann zu Vincent Weiß gegangen. Richtig. Tatsächlich wollten alle, dass sie in das Team von ihnen kommen. Und sie hat sich dann für Vincent Weiß entschieden. Und sie hat zum Beispiel dort auch ihr eigenes Lied präsentiert. Also muss man sich vorstellen, das Mädel ist elf Jahre damals als gewesen, als das aufgezeichnet wurde. Und hat 14 Tage vorher mal eben im Kinderzimmer ein Lied gespielt. Und muss ich auch sagen, ich habe das dann auch gehört. Sie hat es auch mir nochmal vorgespielt. Ich habe sie ja getroffen an ihrer Schule in Kettwig. Und schon Gänsehaut. Also das Lied geht über Depressionen. Das hat so viel Tiefgang. Und das hat sie dann am Klavier mir vorgespielt. Schon toll. Und Nina Tschuba-Song hat sie gesungen während des Fernsehauftritts. Und Nina Tschuba hat auch dann darauf reagiert. Also war auch wohl begeistert. Auch hier ganz viel Reaktion auf TikTok. In dem Fall waren es drei Millionen Klicks, die sie allein dafür kassiert hat. TikTok, wenn man da schon im Millionenbereich ist, das ist auf jeden Fall schon eine Menge. Das muss man echt sagen. Und ganz exklusiv die Information, Herr Schulte singt ja für uns bei Essen Original, präsentiert von uns. Und wahrscheinlich singen die beiden sogar zusammen. Da bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt drauf, wenn Michael Schulte und Rosalie dann zusammen bei Essen Original auf der, ich glaube Radio-Essen-Bühne wird sie da nicht heißen, aber ganz exklusiv bei... Doch, es ist die Radio-Essen-Bühne. Es ist die Radio-Essen-Bühne. So, dann auch richtig. Dann Michael Schulte und Rosalie ganz exklusiv auf der Radio-Essen-Bühne. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ein leises Namaste an unserer Radio-Essen-Fruhschicht. Du musst irgendwas, man kann es ja leider nicht sehen, aber kannst du diese Handübung noch, also Larissa muss dir irgendwas mit ihren Händen lernen. Sie biegt gerade ihre Finger um, aber wir sollten uns auch, finde ich, den Teil so aufzeichnen. Weil bei Aileen im Yoga-Studio wird, glaube ich, so gesprochen. Ja, das ist richtig, nicht die ganze Zeit, aber schon bei den Entspannungsübungen muss man seine Yoga-Stimme rausholen. Und die Handbewegung, die du meinst, ist die Vishnu-Mudra. Ja, genau. Boah, ich bin so entspannt schon. Die Zeigefinger, äh, die Zeigefinger, den Zeigefinger und den Mittelfinger muss man so auf den Daumenballen legen und, genau, die anderen Finger abspreizen. Ja, geht bei mir leider nicht, bei mir ist das so ein kruppeliges Rechteck. Ja, bei mir sieht das auch etwas rum aus, aber damit kann man dann die Wechselatmung einleiten und sich immer die Nasenlöcher wechselseitig zuhalten. Ich kann dir lebe lang und in Frieden. Also erstmal, genau, es sieht aus wie so ein Star-Trek-Hand-Move. Kennt ihr das? Ja, ja, du meinst den Vulkan ja. Ja, genau. Und ich stelle mir gerade vor, wie wir im Yoga-Studio wären. Ich glaube, wir würden die ganze Stunde unterhalten, da würde keiner entspannen und durchatmen. Wie hat es denn bei dir geklappt? Die ganze Zeit gibbeln, glaube ich. Also, ich muss sagen, mein Frühstück-Praktikum war sehr interessant. Die Aileen hat mich gut an die Hand genommen. Es war aber sehr schwierig, weil sie hat ja auch den beste Stimme-Contest hier von ein paar Wochen gewonnen. Und deswegen hatte ich natürlich echt Herzklopfen, gegen sie jetzt anzutreten. Aber sie hat mich da sehr gut motiviert und ich war sehr aufgeregt. Aber es haben alle sehr gut mitgemacht und ich habe einfach mich so ein bisschen in die Stimmung reinversetzt. Aber sie hat so ein bisschen angefangen und dann kam man erstmal mit ihrer Stimme schon so runter. Und dann hat sie das an mich übergeben und dann konnte ich einfach genau die gleiche Stimmlage übernehmen. Und dann musste ich immer nur ein- und ausatmen sagen. Und das kriegt man ja hin. Ja, wobei das recht schwierig ist, diesen Strom und dazwischen zu reden und dann darauf zu achten, dass die anderen ja darauf warten, dass ich ein- oder ausatmen sage und die nicht ersticken zu lassen. Das war schon eine Herausforderung. Also ich finde, ich kenne das auf jeden Fall so von meinem Praktika, wenn man irgendwo zum Praktikum hingeht und dann noch den ersten Tag, bei dir war es ja der einzige Tag, aber den ersten Tag da ist, dann ist man schon auch so ein bisschen aufgeregt. Und denkt, wie ist das so, klappt das alles? Und dann sich so runterzufahren und so ruhig zu sein und dann musst du vor dieser Stunde auch noch irgendwas erzählen? Ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube, auch wenn man so vielleicht anfängt als Yoga-Lehrerin und dann so seine ersten Stunden anleitet. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar richtig aufregend ist, die erste Zeit. Und nicht nur die Stunde gehört dazu, sondern auch die Vorbereitung. Ja, genau. Also man muss ja immer überlegen, was mache ich jetzt für Übungen? Die Aileen hat dann so kleine Schaubilder oder so, die sie dann da für sich vorbereitet. Klar, je länger du das machst, desto weniger musst du wahrscheinlich noch so in wirklich viel vorbereiten. Aber ja, sich immer trotzdem zu überlegen, welchen Yoga-Flow mache ich jetzt? Also welche Figuren hintereinander und was erzähle ich dann vielleicht auch bei der Entspannung? Also ich habe einen neuen Spitznamen, Tobi, für Larissa jetzt, weil ich habe heute Morgen in der Insta-Story gesehen, du musstest dich auch um den Duft in dem Raum kümmern. Ja, das ist ja in der Villarue gewesen und da muss man einen Raum anmieten. Es ist also kein fertiges Yoga-Studio, wo die Aileen unterrichtet. Das heißt, die muss jedes Mal den Raum erstmal dekorieren, so mit schönen Trockenblumen, mit Kerzen und so weiter. Und dann kommt ein Lavendelspray raus und damit musste ich durch den ganzen Raum so... Falls Duft fehlt. Und dann, damit das auch ein bisschen so nach Entspannung und so riecht, ne? Machst Du das jetzt auch hier bei uns in der Redaktion mal? Das ist bei uns ja so blöd, weil wir kein Fenster öffnen können und ich glaube, nach einer Weile würden wir hier andauernd ersticken, wenn ich so viel Lavendelduft rumsprühe. Also ich muss sagen, dein Praktikumstag hat mich sehr unterhalten. Ich würde sagen, wir holen aber Joschi, der hier auf seinem grünen Gummiball sitzt, vielleicht doch nochmal zum Mikrofon. Jetzt kommt das Thema Lärm. Du warst auch im Praktikum und hattest da ganz schön Herzklopfen, ne? Ja, welches meinst Du? Ich habe ja zwei Praktika gemacht. Das mit dem Herzklopfen. Achso, Du meinst beim Roten Kreuz? Genau. Genau, da habe ich beim Hausnotruf mitgearbeitet. Es gab zum Glück an dem Tag nur einen halben Einsatz. Das war sehr entspannt, aber ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn es da einen heftigen Einsatz gegeben hätte, weil wir sind da halt in eine Wohnung reingegangen und mussten gucken, warum haben die Leute da den Hausnotruf an dem Tag nicht bestätigt. Du musst einmal am Tag halt diesen Knopf drücken, um zu sagen, wir sind zu Hause, uns geht es gut. Haben die wohl vergessen und wir mussten halt nachgucken, was ist da passiert oder vielleicht auch nichts. Waren dann halt in einer fremden Wohnung drin und so eine fremde Wohnung einzudringen, war schon komisch und da war ich sehr aufgeregt. Weil du weißt ja nicht, vielleicht liegen die ja irgendwo da oder was auch immer. Aber es war zum Glück harmlos. Glück gehabt. Was würdet ihr denn gerne nochmal machen? Vielleicht auch mal irgendwas zusammen machen? Ich möchte so ein Anti-Yoga-Training machen, wo man sich aufregt, wo man sich so künstlich aufregen muss. So ein Chaosraum. Jetzt komm ich hin und guck dir diese Scheiße an. Wo du so irgendwas kaputt machst. Kennt ihr die Räume? Ja, das fände ich cool. Das fände ich auf jeden Fall cool. Aber wir haben ja schon tatsächlich auch Praktika zusammen. Nächste Woche hört ihr die. Einmal in einem Getränkemarkt und einmal bei der Feuerwehr. Oh, ja. Getränkemarkt haben wir tatsächlich auch schon absolviert. So viel können wir ja schon mal spoilern, weil wir ja nicht immer alles zeitgleich zur Frühschicht machen können. Joschi hat auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ordentlich Muskelkater und ich habe ordentlich Knoten im Gehirn, weil man da auch sehr viel rechnen muss und zählen muss. Das war dann nicht so meine Stärke, aber das werdet ihr dann hören, wie wir uns geschlagen haben. Naja, und Feuerwehr wissen wir noch nicht so ganz genau, was uns erwarten wird. Das werden wir nächste Woche erst absolvieren müssen. Aber wir hoffen natürlich, wir mussten schon unsere Kleidergröße angeben. Also wir kommen auf jeden Fall in die komplette Kleidung. Oh, ich will auf jeden Fall hören und sehen, wie ihr so eine Stange runterrutscht. Oh Mann, das habe ich mich schon in der Grundschule nicht getraut. Ja, apropos Stange, es hat sich auch eine Poledance-Trainerin beworben. Ja, aber da musst du definitiv hin. Ja, vielleicht können wir das auch verbinden, dass ich einfach nackt bei der Feuerwehr die Stange runterrutsche. Das geht nicht, Joschi. Du kannst das schon mal üben, das Rutschen und dann üben wir bei der Poledancerin das Festhalten. Nur mit den Pobacken. Also das ist ja erst mal bisher nur eine Bewerbung, da sind einige lustige Sachen mit dabei. Da werden wir uns noch durchwühlen, was so alles kommt. Naja, im Getränkemarkt, haben wir gerade drüber gesprochen, da war es bestimmt auch ordentlich laut. Ja, schon. Es läuft natürlich auch Musik und es klappern die ganzen Glasflaschen und alles. Doch schon, zwischendurch ist es da und die Gabelstapler, die fahren und so, das ist schon laut. Nervig laut? War auch ein Thema von euch diese Woche. Ja, was nervig laut ist, ist vielleicht halt tatsächlich, wenn mal was runterfällt, ist uns jetzt, kann ich so viel schon mal spoilern, nicht passiert. Oder halt dieses Zerdrücken der Pfandflaschen im Automaten, das ist auch nervig laut. Also sagen wir mal so, dir ist das schon passiert mit dem Runterfahren, du bist es nicht kaputt gegangen zum Glück. Aber leider hatten wir in dem Moment auch nicht das Mikro an. Deswegen haben wir das nicht als Beweis, aber ich kann sagen, eine Colaflasche beim Pfand, du erinnerst dich, ist laut auf den Boden geplompt, aber Gott sei Dank nicht kaputt gegangen. Was sind denn so nervige, laute Geräusche? Ich meine, bei uns in der Redaktion, wir haben ein Großraumbüro, da wird es auch schnell mal lauter. Deswegen ist mein nervigstes Geräusche auf jeden Fall, wenn Joschi redet. Kann ich verstehen. Ja, mein nervigstes, ja, Culli, ich finde die Kaffeemaschine nervig, aber es riecht zwar lecker, aber es ist einfach unfassbar laut, wenn dieser Kaffee gemahlen wird. Boah, das klang so echt. Danke für diesen Live-Einspieler. Ich frage dich das manchmal, weil wir haben ja nicht immer die Studiotür zu, manchmal läuft auch Musik, dann steht die kurz auf, dann kommt jemand raus, fragt was und dann zieht sich jemand einen Kaffee. Und dann ist die vielleicht noch nicht wieder zu, wenn das nächste Take ist und ich frage mich jedes Mal, hört man nicht irgendwann mal diese laute Kaffeemaschine? Also ich habe es bei mir in der Sendung tatsächlich, glaube ich, irgendwie einmal gehabt, da war ich aber auch gefühlt, war das irgendwie ein Sonntagnachmittag und sonst war keiner da. Aber ich glaube ansonsten geht die in diesem Klangteppich so ein bisschen unter zum Glück. Was sind denn andere nervige Geräusche? Das Bohren, hier unter uns ist ja eine Tiefgarage und ständig wird da irgendwas gebohrt und das kommt bei uns hier oben an, das ist manchmal echt laut und nervig. Man muss auch aufpassen, dass der Bohrer eigentlich im Fuß trifft. Ich finde, das hast du in der Sendung, glaube ich, auch gesagt, eine Kreissäge, Joschi, glaube ich auch, eine Flex, ja. Da musste ich noch lachen, weil die Tage war bei mir um die Ecke in die Baustelle, da haben sie dann auch irgendwie sowas geflext und boah, das schallt ja dann durch die Gebäude rein. Und ja, das ist immer richtig toll, wenn du nach der Frühstück deinen Mittagsschlaf machen willst, selbst mit Fenster zu, hörst du das penetrant dadurch und das ist nervig, ja. Ich finde, und das werdet ihr vielleicht dann bei eurem Praktikum bei der Feuerwehr nochmal hören, ich finde es ganz schlimm, wenn ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn, wenn das ankommt, dann hört man es von weiter weg, ist in Ordnung, aber wenn das dann direkt an einem vorbeirauscht, das ist so ein unangenehmes Geräusch. Und hinter dir das erste Mal wieder das Martinshorn anmachen, weil irgendwer im Weg steht oder so, da fliegst du erst mal vor Schreck drei Meter weg. Aber wir haben auch in der Sendung gelernt, dass Lärm tatsächlich für jeden doch subjektiv ist, natürlich wird es, je lauter das Geräusch ist, werden viele sagen, ja, ist schon nervig, aber das so wirklich als richtig störend in seinem eigenen Kopf zu empfinden, das ist schon tatsächlich sehr unterschiedlich, Babygeschrei ist das beste Beispiel, ne, manche, ihr verdreht hier schon die Augen, manche finden das halt total nervig, es gibt aber auch viele, und wahrscheinlich sind das dann eher so die Eltern, oder auch gerade Mütter, die die Hormonenschwankungen dadurch gemacht haben, für die kann das tatsächlich einfach auch ein freudiges Zeichen sein, wenn sie irgendwo Babygeschrei haben. Wahrscheinlich kommt es auch für viele gar nicht so auf die Lautstärke an, sondern vielleicht auch auf die Tonhöhe, kann auch sein, dass es nicht nur wichtig ist, wie laut das eigentlich ist, weil leise Geräusche können manchmal auch nerven, so ein ganz hoher Ton, ich finde zum Beispiel Pfeifen ganz nervig, so ganz hohes Pfeifen, das muss gar nicht laut sein. Oh, Yoshi, aber das tut hinterm Auge weh. Ja, wisst ihr, was richtig, richtig schlimm finde, ihr liegt so im Bett, alles ist ruhig, und dann dieses Stromsurren, weil irgendein Stecker dieses laute Fiepen macht, oder Uhrticken. Das halbe Schlafzimmer, nachdem wir umgezogen sind, zerlegt, weil ich das Ladegerät gesucht habe, welches von denen am Pfeifen ist. Ja, und meistens, genau, muss man es austauschen, und bei mir sind das die Lampen, die im Bett integriert sind. Und der Stecker, den kannst du nicht einfach austauschen, das heißt, meine Lampen sind jetzt ausgesteckt, und ich muss eine andere Lampe dafür benutzen. Richtig fail, aber sonst raste ich aus, das höre ich einfach immer, selbst mit der Bettdecke auf den Ohren. War nerviger Lärm für euch auch in dieser Woche, euch gegenseitig mal wieder zu hören, das war ja die erste Frühschicht nach langer Zeit, ne? Ja, es ist wieder Herausforderung, würde ich sagen. Also es ist kein Lärm in dem Sinne, aber schon nervig, ja. Wie war es mal wieder zu zweit? War schön, ja, hat Spaß gemacht, zu zweit ist doch immer noch mal ein bisschen anders, weil man sich da auch mal gegenseitig einen Spruch drücken kann. Was ihr nie machen würdet. Nein, nein, in dem Fall natürlich nicht, aber man könnte, wenn man wollte. Nee, geht mir auch so, ich meine, wir können ja jetzt auch nichts anderes sagen, was soll ich jetzt sagen, dass ich lieber alleine moderiere? Nein, tatsächlich ist es aber auch wirklich nicht so, zwischendurch ist das mal ganz schön, so sein eigenes Ding wiederzumachen, und da den Fokus zu haben, aber, nee, mir macht es auch zu zweit deutlich mehr Spaß, weil man sich auch Bälle zuspielen kann und man kann natürlich, es ist auch unterhaltender, finde ich, ich glaube, ich finde das ja auch selber schöner, wenn ich anderen Sendern zuhöre oder so und da sind mehrere Personen, die miteinander quatschen und sich dann auch noch möglichst gut verstehen oder mal necken oder so, das ist halt einfach, finde ich, schöner. Ich hoffe, das geht euch da draußen auch so. Nächste Woche wieder zusammen in der Frühschicht? Ja, jetzt eine ganze Weile, glaube ich, zusammen in der Frühschicht. Immer von sechs bis zehn. Montag bis Freitag. Danke euch. Tschüss. Also laut kann er auf jeden Fall, der Joschi. Ein paar die Arme, Larissa. Laut und nervig, die Radio-Essen-Frühschicht. Das ist so ein neues Slogan. Laut und nervig. Ja, eigentlich sind wir beiden es diese Woche bei Redebedarf 2.0. Wir haben uns aber den Kollegen Mario Alt doch nochmal dazu geholt. Ja, also zwischendurch mal, er ist ja auf dem Bild, also sollte auch mal Hallo sagen dürfen. Hallo. Okay, reicht dir das. Danke, Mario. Aber Mario, du bist nämlich Experte für die neue Folge Essen im Ohr. Ja, weil ich durfte mit dabei sein tatsächlich diesmal. Also Essen im Ohr kennt ja keine Grenzen und unser Chefredakteur Christian Flug hat die Folge mit Felix Herzenbuch aufgezeichnet. Fußball, Gott. Ja, und weil eben Christian jetzt nicht so der große Fußballfan ist, hat er gesagt, komm Mario, komm mit dazu und du darfst auch mal zwei Fragen stellen und zwei Sätze sagen. Und Herze, wer ihn kennt aus Essen, du hast gerade schon gesagt, er ist ja ein super lustiger, cooler Typ, der ein paar auf jeden Fall Partygeschichten zu erzählen hat und das hat er dann auch wirklich gemacht. Ja, das klingt schon, das klingt richtig gut. Also ich finde, er war immer Sympathieträger bei RWE, als er da noch gezockt hat und ich glaube, da wart ihr auch lange dran, den in den Podcast zu holen, ne? Ja, ein Jahr hat es jetzt gedauert. Also wir wollten ihn schon zu seinem Abschied und da kann ich vielleicht aus dem Nähkistchen plaudern, dass damals RWE das nicht erlaubt hat. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sein Abschied ja, ich sag mal, aus seiner Sicht zumindest enttäuschend war und das hat er dann nämlich auch wirklich erzählt, wie es dann ablief, wie er ins Büro gerufen wurde und dann da vom Stuhl gesackt ist, weil ja, er sich schon so ein bisschen, auch vom Verein aus hat man ihm so ein bisschen Hoffnung gemacht und dann wurde ihm gesagt, nö, geht nicht weiter. Dann hat er erzählt, wie es in der Kabine war, wie er dann wie, ich glaube, er hat gesagt, eine Scheibe Toastbrot im Training rumgelaufen ist. Aber gut, ich glaube, durch seine jährliche Mallereise und so wird er das dann schon weggefeiert haben, den Frust. Er hat zum Beispiel auch von einem Meerjungfrau-Kostüm erzählt, Tobi, da würde ich dich auch sehen. Als Meerjungfrau? Ich sehe dich da auch. Aber du hast doch von uns hier schon die leicht rötlichen Haare, dann ist doch Ariel... Ja, bestimmt. Wir können dir deine Haare auch rot machen, wenn du willst. Die sind viel zu kurz. Und es ging um einen und um Thomas Kufen und eine Flamingo-Krawatte, aber vielleicht machen wir bei dir nicht Krawatte, sondern Flamingo-Kostüm dann, wenn du nicht die Meerjungfrau sein willst, Tobi. Ich trage eigentlich eher Fliege, ich war jetzt gedanklich bei einer Fliege. Aber gut, das Flamingo-Kostüm im Podcast. Du heiratest doch bald, dürfen wir das verraten und dann haben wir doch schon die Krawatten wahl. Ja, du hast es ja jetzt schon verraten. Könntest du noch schneiden. Ich habe zum Glück meinen Anzug schon inklusive allen Accessoires. So, ich muss jetzt mal hier ein bisschen intervenieren, weil wir können ja mal erzählen, gleich ist hier im Podcast-Studio der nächste Gast für Essen im Ohr, deswegen müssen wir jetzt uns ein bisschen beeilen. Genau, wollen wir da schon mehr verraten? Hört die Folge mit Felix Herzenbuch erst mal, es lohnt sich, aber die nächste wird sich auch lohnen. Ist das dann schon die nächste, die dann kommt, an die ich denke? Ja, das ist schon die nächste. Also das ist... Das war eine richtige Legende. Auf jeden Fall, ja. Wir sind weiter beim Thema Fußball, das tut mir sehr leid, Nadine, weil Kommentatoren-Legende Werner Hansch... Nein, 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 nein. Der noch nicht? Nein, der noch nicht. Der, der jetzt gleich kommt, ist der nächste. Der, der jetzt kommt, ist der nächste. Also Ralf Richter, da habe ich dann... Dann sind wir nicht beim Fußball. Ja. Dann sind wir bei einem Ruhrgebiets-Klassiker-Film, Bang, Bang, Bang und Kalle Grabowski. Ja, aber ich glaube, dass Werner Hansch irgendwann kommt, ist auch schon verraten worden. Ja, gut. In der ersten Folge, ich bin mir nicht so sicher. Boah, seid ihr chaotisch, wir müssen jetzt hier noch machen. Wir haben auch noch einen anderen Podcast, unser Nachrichten-Podcast mit Tobi Bitter diese Woche. In dieser Woche, ja, großartige Folgen, der Tag in fünf Minuten. Ich nehme euch an die Hand und erzähle euch, was ihr hättet hören können, hättet ihr den Tag aufgepasst. Nein, also ich fasse natürlich alles nochmal schön zusammen. Das ist der Nachrichten-Podcast, alles was wichtig ist. Wenn man nicht die Zeit hat, die Nachrichten zu hören am Tag, wird man da immer um halb acht auf den neuesten Stand gebracht. Und Tobi guckt vielleicht auch mal ins Mail-Postfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas. Ja, du, alles was an podcast.radioessen.de geht, landet bei mir im Spam. Perfekt. Danke, Tobi. Ich gucke auf jeden Fall rein. Dann sind wir durch für diese Woche. Ja, habt eine schöne Zeit. Zu dritt, wie ungewohnt. Ja. Uh, toll. Du darfst auch noch Tschüss sagen, Mario. Tschüss. Tschüss. Ja, drück auf Stopp. Redebedarf 2.0, der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.